Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maria Sanchez Live. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei dieser siebten Folge. Und bevor wir uns jetzt gleich dem Thema der heutigen Sendung widmen, dem Thema Resilienz widmen, möchte ich gerne eine organisatorische Information vorab geben, die wichtig ist. Ich werde nämlich in naher Zukunft, in nächster Zeit, werde ich öfter nicht in Hamburg sein. Und das bedeutet, dass ich leider in nächster Zeit keine Livestream-Sendung auf YouTube hier machen kann. Denn wenn man verreist ist, ihr kennt das bestimmt auch, ist ja leider nicht immer gewährleistet, dass das Internet besonders stabil ist, besonders leistungsstark ist. Und für eine Livestream-Übertragung braucht es auf jeden Fall ein sehr stabiles Internet. Deshalb werde ich die Sendung, die kommenden Sendungen vorab für mich produzieren, beziehungsweise dann, das kann man ja überall aufnehmen heutzutage, es ist ja kein Problem mehr, sich eine Kamera hinzustellen und ein Video aufzunehmen. Aber es wird keine Live-Sendung sein. Es ist also nach wie vor so, dass ich einmal im Monat eine Sendung auf YouTube hier hochlade, zu den verschiedensten Themen. Aber eben, wie gesagt, ist es nicht live. Und wenn ihr gerne eure Fragen weiterhin stellen möchtet, ihr habt ja im Vorfeld auch heute für die heutige Sendung einige Fragen uns geschickt. Aber normalerweise könnt ihr ja auch eben live eure Fragen stellen und mein Team leitet es mir dann eben weiter. Das geht natürlich nicht, wenn ich das Video aufzeichne. Dann kann ich euch nur die Fragen berücksichtigen, die im Vorfeld eintreffen, vor der Veröffentlichung des Videos eintreffen. Und dafür möchte ich euch gerne eine andere E-Mail-Adresse nennen. Denn bisher haben wir ja die Adresse livestream-at-mariasanchez.de. Und die Adresse, die ihr jetzt bitte verwenden müsstet, wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, ist persönlich-at-mariasanchez.de. Und ich hoffe, dass das jetzt hier auch eingeblendet wird. persönlich-at-mariasanchez.de. Diese Mails erreichen mich auf jeden Fall. Und ich werde natürlich auch weiterhin Mails zusammenfassen, wenn ich merke, bestimmte Mails gehen in eine Richtung oder behandeln ein bestimmtes Thema. Kürzen werde ich leider immer müssen. Das ist klar. Das geht sonst leider nicht mit dem Vorlesen. Aber auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das gerne möchtet, weiterhin Fragen an mich zu stellen. Bitte habt Verständnis, dass nicht jede Frage leider beantwortet werden kann. Das liegt in der Natur der Sache. Es erreichen mich einfach viele, viele Mails. Ups, jetzt war, glaube ich, gerade das Bild weg. Das hatten wir ja schon mal. Okay, jetzt weiß ich nicht genau, was ihr eben gehört habt. Was ich sagen wollte, war, dass ich alle Mails lese und dass ich dann schaue, dass ich sie zusammenfasse, dass ich die Themen zusammenfasse, damit möglichst viele Fragen auch beantwortet werden können, viele Themen, die in Fragen aufkommen, beantwortet werden können. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meiner Stimme, beziehungsweise schon seit ein paar Tagen und hoffe, dass ich mich nicht sehr oft räuspern muss, denn ich vermute mal, das Mikrofon ist ja direkt hier vor mir, dass es sonst eventuell ein bisschen unangenehm für euch werden kann. Also ich gebe mir Mühe, dass ich mich so ein bisschen wegdrehe, wenn das der Fall sein sollte. Das Thema Resilienz. Ich habe im Vorfeld das Thema mal eingegeben im Internet und da kommt einem ja eine ganze Flut entgegen zu diesem Thema. Und natürlich habe ich das Thema gewählt, weil ich in vielen Gesprächen mit Kollegen, mit Klienten, mit Menschen auf Veranstaltungen über dieses Thema spreche und gesprochen habe und mir eine bestimmte Sache dabei aufgefallen ist, deswegen auch die Überschrift, die zwei Seiten der Resilienz. Denn für mich gibt es tatsächlich da zwei Straßen und ich glaube, dass es interessant sein kann, beides ein bisschen genauer zu betrachten, worum es denn da eigentlich genau geht. Wenn man von Resilienz spricht, dann wird es ja oft mit Widerstandskraft verwendet. Im Englischen, das ursprüngliche Wort heißt ja Resilience, das heißt eher Elastizität. Aber in den deutschen Definitionen tauchte bei dem, was ich gelesen habe, sehr oft die Widerstandskraft auf. Und ich habe mal ein paar Definitionen rausgesucht, die so exemplarisch sind für viele, die ich gefunden habe. Und vielleicht für diejenigen eben, die noch gar nicht vielleicht wissen, was ist denn eigentlich Resilienz, würde ich gern das einmal vorlesen. Denn Resilienz hat ja Einzug gefunden in die Psychologie. Also das gibt ja kaum einen Bereich heutzutage, der nicht davon betroffen ist, der sich mit Psychologie beschäftigt. Es gibt unglaublich viele Selbsthilfebücher, Ratgeberbücher. Es gibt Kurse. Ich habe ganz viele Kurse gesehen bei der ganzen Informationsflut aus dem Internet. Seminare, viele Seminare, die sich damit beschäftigen, die das zum Zentrum machen, zum Kernaspekt machen. Ich habe natürlich auch mit Kollegen, wenn ich mit Kollegen spreche, bekomme ich mit, dass in der Traumatherapie die Resilienz ein ganz fester Bestandteil geworden ist für, ich wage zu sagen, nahezu jeder Ausrichtung, jeder traumatherapeutischen Ausrichtung, aber auch jenseits des Traumas, der Behandlung eines Traumas, hat Resilienz einen ganz starken Einzug gefunden in die Psychologie und umso wichtiger, umso wichtiger ist es, das Thema ein bisschen zu beleuchten und vielleicht verschiedene Nuancen darin ein bisschen herauszuschälen. Wie eben schon angekündigt, würde ich gerne erst einmal ein paar Definitionen nennen, was ich so gefunden habe im Internet und was sich sehr stark ähnelt in unterschiedlichen Wortkreationen, aber so vom Tenor her, würde ich sagen, geht das meiste in eine bestimmte Richtung. Und zwar, Resilienz, so steht im Internet an der einen Stelle, ist die Stärke, die es Menschen ermöglicht, Lebenskrisen zu überstehen. Und eine weitere Definition, Resilienz kann man auch als Widerstandskraft bezeichnen, wie ich eben meinte, das Wort taucht ganz oft auf, kann man auch als Widerstandskraft bezeichnen. Es ist die Fähigkeit, mit äußeren, widrigen Umständen Stress und Druck umzugehen, ohne sich dabei negativ beeinflussen zu lassen. Und ich habe jetzt hier ganz viele, aber vielleicht noch eine dritte Definition. Resilienz ist die Kraft, mit der man es vom Boden wieder auf die Beine schafft. Und nun klingt das natürlich für viele Menschen vielleicht erst mal sehr attraktiv. Vielleicht gibt es auch einige von euch, die jetzt gerade zuschauen und vielleicht sagen, Mensch, das will ich auch, mir geht es in meinem Leben nicht gut und ich hätte auch gerne diese Kraft, damit ich mich ein bisschen besser fühlen kann. Und ich glaube, da sind wir eigentlich schon beim Kern der Sache. Denn was mir tatsächlich sehr fehlt bei der Betrachtung, bei einer Ausrichtung der Betrachtung, ich will nicht sagen, dass das alle Therapeuten so machen. Es gibt ja wunderbare Traumatherapeuten oder auch andere Therapeuten. Aber von dem, was ich gelesen habe, was das, oder es ging ja nicht nur um Internet, ich habe dann auch in Büchern diese ganzen Vorworte, ich habe mich einfach ein bisschen erkundigt, wie ist denn eigentlich die Landschaft, die psychologische Landschaft in Bezug auf Resilienz so aufgebaut. Und wie gesagt, in Verbindung mit Gesprächen, mit Kollegen seit Jahren bin ich ja da auch unterwegs. Und ich wollte mich aber erkundigen, wie das eben heutzutage jetzt ganz aktuell ist. Und da fehlt mir tatsächlich nach wie vor, wie so häufig, wir hatten es ja schon in manchen Maria Sanchez Live-Sendungen, mir fehlt die Betrachtung oder mir fehlt das Hinterfragen der Haltung. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn es um Kinder geht, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Angebote, wenn man sagt, ein Kind hat vielleicht trotz widriger Umstände ein gutes Leben, ein Leben für sich aufbauen können, wo man vielleicht am Anfang dachte, das wird sehr schwierig für diese Person, dieses Leben für sich aufzubauen und sie hat es dennoch geschafft, dann ist es ja erst mal eine unglaublich großartige Leistung. Und das möchte ich natürlich in keinster Weise schmälern. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, auch zu betrachten, was hat dazu geführt, dass diese Widerstandskraft, ich meine, das Wort Widerstand steckt ja schon da drin, dass diese Widerstandskraft dazu geführt hat, dass diese Person ein Leben führen konnte, obwohl so viele Verletzungen vielleicht in ihrem Leben geschehen sind. Und wer jetzt schon ein bisschen meine Arbeit verfolgt, der oder die weiß, dass ich ja von einem biografischen Schutzprogramm spreche, von einem emotionalen Überlebensprogramm. Aus meiner Sicht ist das eine, aus meiner Sicht haben wir, so muss ich es glaube ich sagen, haben wir in unserer Gesellschaft ein Urtrauma, kann ich auch sagen. Wir kommen in eine traumatisierte Gesellschaft hinein. Und ich spreche nicht nur von Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma, Schocktrauma sowieso, aber auch Entwicklungstrauma, so wie es zumindest bisher verwendet wird, impliziert, dass es zwar sehr, sehr viele Menschen betrifft, aber nicht alle. Und ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen in meinem Buch Die revolutionäre Kraft des Fühlens, habe ich ja versucht, das so ein bisschen zu beschreiben. Ich glaube, dass jeder Mensch, der in dieser Gesellschaft, der in diese Gesellschaft hineingeboren wird, eine Urwunde in sich trägt und damit auch ein Urtrauma in sich trägt, wir können als Kinder dieser Gesellschaft uns nicht davor schützen. Weil wir früher oder später, selbst wenn das im Elternhaus alles super, super, super läuft, was ich bezweifle, so, weil wir als Eltern ja wirklich nur die emotionale Reife weitergeben können, die wir selber haben. Das ist ja nicht, was wir dem Kind sagen. Das ist ja, was für eine Atmosphäre wir geben können, welchen emotionalen Landeplatz wir für unsere Kinder bereithalten können, in uns bereithalten können, dass das Kind in uns landen kann. Und das hat dann einzig und allein mit dem eigenen Reifegrad zu tun. Und das meine ich überhaupt nicht verurteilend. Und als Menschen unserer Gesellschaft kommen wir mit, aus meiner Erfahrung, mit diesem Urtrauma unweigerlich nicht nur in Kontakt, sondern es entsteht eben automatisch. Und das, was daraus resultiert, darüber habe ich ja sehr ausführlich in vielen Interviews und Vorträgen und auch auf YouTube hier auch gesprochen, ist eben ein biografisches Schutzprogramm. Und wenn ich jetzt eben höre, Widerstandskraft, dann spricht das natürlich sehr stark dafür, oder auch wenn es heißt, es geht darum, vom Boden wieder auf die Beine zu kommen, dann spricht das für mich erst mal sehr stark für das geliebte Kind, wie ich diese Gruppe von Persönlichkeitsseiten in uns nenne. Ich gehe jetzt an dieser Stelle in dieser Sendung nicht näher darauf ein, denn ich habe ja ganze YouTube-Sendungen, Maria Sanchez Live-Sendungen dazu gemacht. In der ersten Folge, wenn jemand neu heute Abend hier dabei ist und noch vielleicht nicht so viel weiß, noch nicht meine Arbeit kennengelernt hat, möchte ich gerne einladen, die erste Folge von Maria Sanchez Live zu sehen. Da spreche ich darüber, was das denn eigentlich mit Essential Core und Sehnsucht und Hunger auf sich hat. Denn das geliebte Kind ist natürlich darauf aus, dass es in ein Funktionieren kommt. Und manchen Menschen gelingt es sehr gut, dieses geliebte Kind so aufzubauen, dass es das Steuer fest in der Hand hat, während man seinen Alltag lebt. Und anderen Menschen gelingt es nicht. Und wenn wir jetzt sagen, die eine Person ist resilienter als die andere, dann sagen wir das ja, glaube ich, sagen zu dürfen, in der Regel nicht mit dem Tenor beides ist gleichwertig gut, sondern wir haben ja in der Regel eine Wertung da drin. Die Person, die besser funktionieren kann, halten wir in der Regel zumindest für einen Zustand, in dem sie sich befindet, der erstrebenswerter ist. Und da, das habe ich ja schon öfter auch in Sendungen gesagt, mache ich eben viele Fragezeichen dahinter, weil das für mich für eine traumatisierte Gesellschaft spricht. Menschen, die, denen das nicht wirklich gelingt, würde ich sagen, sind nicht ungesünder. Man könnte auch sagen, Menschen, die psychisch mit bestimmten Dingen sehr stark zu tun haben und natürlich darunter leiden, das ist ja gar keine Frage, das ist ja kein angenehmer Zustand, aber man könnte auch von einer anderen Warte auskommen und mir ist sehr wohl bewusst, wie provokativ oder wie provokant das wirklich klingen kann, wenn ich das sage und wer meine Arbeit ein bisschen verfolgt, der oder die weiß, dass ich das nicht mal eben leichter her sage, weil ich selbst eine ehemals Betroffene bin. Also an der Hölle, was schön zu reden, geht nicht. An der inneren Hölle, in der man sitzt. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es Menschen, die psychische Probleme haben, denen dieses geliebte Kind, das Funktionieren nach dem geliebten Kind nicht so gelingt, dass diese Menschen sich oft eine Verletzlichkeit, eine Berührbarkeit, ich muss es anders sagen, die noch in Kontakt sind mit einer Verletzlichkeit und einer Berührbarkeit, mit einem Schmerz, mit einem Aua-Schrei, von dem ich sagen würde, als Therapeutin und auch als Traumatherapeutin, ich arbeite ja ganz viel mit traumatisierten Menschen, dass ich das unbedingt würdigen möchte. unbedingt würdigen möchte. Denn man könnte natürlich auch sagen, sie reagieren auf eine Weise sehr gesund. Sie haben eine bestimmte Abhärtung nicht vollziehen können. Und wenn man jetzt natürlich in einer Gesellschaft lebt, wo das geliebte Kind sehr stark gehuldigt wird, dann hat man also eine Person, die das nicht kann oder der es sehr schwer fällt, die mit Süchten stark zu tun hat, mit psychischen Zuständen zu tun hat, die ein in Anführungsstrichen normales Leben, was immer das bedeutet, oft ja das Leben aus dem geliebten Kind heraus, ein funktionierendes Leben, wenn das nicht geht, die Menschen, die das nicht können, die gelten so ein bisschen als gescheitert. Und da möchte ich wirklich aufstehen und sagen, stopp, hier läuft irgendwas aus meiner Sicht total schief, total schräg. Was ist, wenn das sogenannte Normale ziemlich verkorkst ist? Und wenn wir von Resilienz sprechen, dann finde ich erst mal wichtig, wie ich eingangs sagte, sehr, sehr zu würdigen, dass ein Mensch, ein Kind vielleicht eben in dem Falle, wie ich vorhin sagte, als ich von den Kindern sprach, ein Kind eine Möglichkeit gefunden hat, zu überleben, emotional zu überleben, sich vielleicht ein Panzer zugelegt hat oder ein bestimmtes System in sich aufgebaut hat, dass ein Abstand zu den Seiten geschaffen werden konnte, die vielleicht die ganze Zeit laut aufschreien, aber wo ich dennoch mir ein Leben aufbauen konnte, wo ich vielleicht meine Schule zu Ende machen konnte, mein Studium oder meine Lehre machen konnte, wo ich eine Familie gegründet habe. Das ist ja hervorragend. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist, überhaupt nicht. Wofür ich aufstehen möchte, ist, dass, wenn wir das als erstrebenswert hinstellen, wenn wir da eine Wertung drin haben, wenn wir nicht anerkennen, dass das aus einem Überlebensprogramm heraus resultiert, dann tun wir aus meiner Sicht nicht nur der Person Unrecht, die resilient ist, weil ich arbeite mit vielen dieser Menschen, denen ein Funktionieren, das wieder auf die Füße kommen, nur durch Kampf möglich ist. Und die Frage ist, wollen wir wirklich den Kampf huldigen? und gleichzeitig werten wir oft und dann fallen viele andere, die ungeliebten Kinder, wie ich das eben innerhalb des biografischen Schutzprogramms nenne, die fallen durchs Netz. Mir ist wirklich wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil ich das tagtäglich in meiner Arbeit mit Menschen, in meiner Praxis erlebe, dass hier eine ziemliche Schieflage ist. Für mich gibt es eine Form der Resilienz, die nichts mit einem Überlebenskampf zu tun hat, die nichts mit einem emotionalen Überlebensprogramm oder mit einem biografischen Schutzprogramm zu tun hat. Und das ist für mich eine tiefe Verbindung, die ich in mir herstellen kann zu mir und damit zum Leben oder zu einer, damit auch gleichzeitig zu einer größeren Kraft, Gott, wie immer man das nennen möchte. Das ist ja jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall ist das wie eine Tankstelle, die mich zu mir hinführt. Oder ich kann das Bild auch noch ein bisschen variieren. Eine Tankstelle, bei der ich mein inneres Auto auftanken kann und dann fährt es mich näher zu mir ran. Ich kann aber natürlich auch an eine Tankstelle fahren, damit ich weit von mir wegkomme. Also ich tanke auf mein Auto, setze mich rein und fahre so weit wie möglich von den Seiten in mir weg, die ich nicht haben will und die für mich schwierig sind. Dann habe ich wie ein Fluchtauto. Und ich glaube, wir müssen unbedingt diese Unterscheidung treffen. Das sind für mich zwei Arten von Resilienz. Einmal aus meiner Sicht tatsächlich Widerstandskraft, wie es so oft genannt wird. Gegen wen habe ich denn eigentlich den Widerstand? Letztlich sind das ja nicht nur die Umstände, selbst wenn das die Umstände wären, dann wäre ich ja auch im Kampf, sondern es sind ja auch Seiten in mir, die tief getroffen sind aufgrund der Verletzungen, die mir leider, die ich erlitten habe. Bei dem einen geht es aus meiner Sicht tatsächlich um den Widerstand. Was muss ich tun? Was kann ich tun, um mich eben wieder auf die Beine zu bringen und dann weiter zu marschieren? Und bei der anderen Form der Resilienz, da ist eben dieses englische Wort Resilience, die Elastizität, finde ich da sehr viel passender, dass ich auf Umstände reagieren kann. Ursprünglich kommt das ja aus einem Bereich, wo es tatsächlich darum ging, dass etwas aus der Form kommt und dann geht es wieder in die Form zurück. So ist das eigentlich ursprünglich gedacht. Ich weiß nicht genau, ob das die Reifen, ob das was mit Reifen zu tun hat. Ich meine mich zu erinnern, vor tausend Jahren, als ich das gelesen habe, dass der Ursprung, da geht es um bestimmte stoffliche Gegebenheiten, wie etwas aus einer Form rausgeht und dann wieder sich in die Form hineinbegeben kann. So meine ich aber nicht Elastizität, weil dann wäre ich immer noch auf derselben Straße, sondern worauf ich spreche, ist, dass eine Elastizität im Sinne von reagieren können auf das, was von außen und von innen in mir aufkommt, auf eine Weise, die mich nicht in in eine Parteilichkeit, in ein Parteiischsein, in einen Kampf mit mir selber eintreten lässt. Und das halte ich wirklich für das Elementare, weil sonst bieten wir schon Kindern in der Schule oder vielleicht sogar noch früher, ich habe Bücher gelesen, wo es schon auch um kleinere Kinder dagegen, wie man sie resilienter machen kann und wie ich vorhin sagte, wir können Kindern nur auf eine Weise begegnen, die unsere emotionale Reife abbildet und wenn ich in mir gegen Seiten von mir kämpfe, dann kann ich nur das weitergeben, auch wenn ich Resilienzübungen mache. Ich werde immer ein Parteiischsein da drin haben, ich werde immer eine Wertung da drin haben, weil ich würde sagen, wenn ein Kind das nicht kann, wenn ein Kind vielleicht schon ganz früh mit heftigen Ängsten zum Beispiel zu tun hat, dann gilt es doch nicht zu versuchen, wie kann ich dieses Kind in seine Stärke bringen, sondern wie kann ich dieser Angst des Kindes wie kann ich der Angst des Kindes in mir einen Landeplatz geben, wie kann ich diesem jungen Menschen, diesen kleinen Menschen deutlich machen, ich bin hier, du darfst Angst haben, du musst nicht anders sein, deine Angst ist kein Fehler, du bist kein Fehler, in dir ist nichts, was man irgendwie woanders hinbringen müsste, drehen müsste, wir brauchen keine Übung, um deine Angst wegzumachen, wir brauchen eine Übung, damit du spüren kannst, was für Informationen in der Angst enthalten ist, dass die Angst kein Feind von dir sein muss, sie gehört zu dir, da will etwas was von dir, wenn jetzt keine reale Bedrohung natürlich im Raum ist, sonst sieht die Sache anders aus, aber sonst bei allen Dingen, auch bei der Traurigkeit, bei der Wut, so, dass wir wirklich schauen, wie nutzen wir die Bestrebung, Kinder oder Menschen resilienter zu machen. Ich würde sagen, also, ich nutze das ganz sicher nicht, um sie um sie in eine Stärke zu bringen, die schwächere Seiten in ihnen versucht zu verdrängen oder zu verändern oder sonst irgendetwas. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, wie ich eingangs sagte, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft und das ist, wenn man langsam beginnt, daraus aufzuwachen, kann es ja erstmal, und das erfahre ich ja auch mit Menschen, die mir das auch bestätigen, die mir das spiegeln, dass sie sagen, das ist erstmal ziemlich schockierend, kann das sein, wirklich zu sehen, du meine Güte, wie gehen denn die Menschen mit sich und mit anderen um und ich spreche nicht von dem Offensichtlichen. Also, dass die meisten sagen würden, es ist wichtig, freundlich miteinander zu sein, das denke ich ist, das ist wahrscheinlich Konsens. Aber was ist denn, wenn wir nicht freundlich sind? Was ist denn, wenn wir in der Schule schon lernen würden oder im Kindergarten schon lernen würden von Erwachsenen, die eben vielleicht schon selber einen inneren Weg für sich schon haben gehen können, dass die Wut überhaupt nichts verkehrtes ist. Dass die Wut auch einen Landeplatz braucht, dass es natürlich nicht darum geht, dass ein Kind ein anderes Kind schlägt, aber vielleicht muss das Kind irgendwo drauf hauen. Also einen Landeplatz geben, was wäre, wenn in der Schule, wenn jemand am Ausschlippen ist, was ist, wenn es einen Raum gäbe in der Schule, wo Kinder, die sagen, ich habe solche Aggressionen, ich weiß gar nicht wohin mit meiner Aggressionen, wenn sie sich dann nicht disziplinieren müssen, wenn sie nicht versucht, wenn nicht versucht wird, sie in ein Förmchen zu packen, sondern wenn sie ihrer Wut einen Raum geben können. Vielleicht ist ein Raum in einer Schule, wo Dinge kaputt gemacht werden können, ohne dass man sich verletzt und dass Kinder lernen, ihre Wut zu begleiten, nicht nur ausagieren, das hat ja nicht wirklich einen großen therapeutischen, psychologischen Effekt, gibt es, ich werde wacher, aber es muss einen Landeplatz für unsere Emotionen geben, denn wir sind Menschen. Wir haben eine Palette an Emotionen, an Gefühlen, an Empfindungen. Das Problem ist nie die Empfindung an sich. Das Problem ist doch nicht die Wut oder die Angst. Das Problem ist, ich habe keine Begegnungskompetenz. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und in der Regel wollen wir ja etwas damit tun, eben wenn wir auch Resilienzübungen machen. Wir haben ja eine bestimmte Absicht und ich finde, wir müssten erstmal die Absicht hinterfragen. Denn fast immer ist es doch eher das geliebte Kind, was versucht, ein bestimmtes Bild von sich, wie es glaubt, dass das Leben ist oder wie das Leben besser wäre oder wie das eigentliche Leben aussieht, dem zu entsprechen. dadurch bleiben wir ewig auf der Flucht. Und natürlich werden unsere chronischen Symptome, wie ich ja auch schon in anderen Sendungen gesagt habe, immer wieder dafür sorgen, dass der Aufschrei in der Tiefe, dass wir nicht ein wirkliches Daseinsrecht haben in der Tiefe, dass dieser Aufschrei nicht verloren geht. Ob er sich in Essproblematiken äußert, ob er sich in übermäßige Kaufgeschichten äußert, ob es sich in übermäßiges Arbeiten oder Depressionen oder Ängste, ganz egal, oder in Beziehungsthematiken, die chronischen Symptome lassen sich nicht bestechen. Wenn es diese tiefen verbotenen, wie ich sie nenne, verbotenen ungeliebten Kinder sind. Also ich möchte so gern dafür plädieren, dass wir in Bezug auf Resilienz einen feineren Blick haben, was eigentlich unsere Haltung ist, wenn wir Resilienzübungen machen. Und das heißt, nicht entweder oder oder, 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 ich möchte es noch mal wiederholen, wenn mir in meiner Praxis, und das habe ich oft erlebt, jemand gegenüber sitzt in meiner Praxis und die Person erzählt mir von ihrem Leben oder auf bestimmten Veranstaltungen, dann ist das ja sehr oft, ich denke, das geht nicht nur mir als Therapeutin so, das geht ja ganz vielen Menschen so, auch anderen Therapeuten, aber auch Privatpersonen, dass man sich ja manchmal fragt, wenn man mit der Person, mit einer Person spricht, die wirklich durch die Hölle gegangen ist, dass man sich ja manchmal fragt, oh Gott, wie hast du das denn überlebt? Und ich kenne es von mir, dass ich manchmal wirklich weine, wenn ich die Geschichten höre, weil ich sehr berührt davon bin, was diese Person erleiden musste. Und natürlich ist das eine unglaubliche Sache, dafür bekommt sie ja, müsste sie einen Orden bekommen. Das geliebte Kind, finde ich, müsste sowieso ständig Orden bekommen, weil es zumindest das Überleben gesichert hat. Aber jetzt, wenn das erstmal so weit klar ist, jetzt, wo wir nicht mehr in dieser Familie, in der wir vielleicht viel Leid erlebt haben, oder in der Schulsituation oder in anderen Situationen, vielleicht gab es Mobbing-Situationen und das hat uns tief, tief getroffen. Ich habe bei dem Schulprojekt, welches wir gemacht haben, mit Sehnsucht und Hunger, da waren wirklich Kinder, die waren noch nicht mal zehn Jahre alt, die hatten schon Mobbing-Erfahrung, da war ein kleines Mädchen, das hat uns wirklich sehr berührt, wie viel sie da schon erlebt hat, du meine Güte. Also wenn eben Dinge schlimm waren in unserem Leben und wir sind irgendwie durchgekommen, dann verdient das erstmal einen Orden. Aber jetzt darf es doch vielleicht nicht mehr nur ums Überleben gehen. Vielleicht darf es jetzt langsam um Leben gehen. Das sind ja zwei vollkommen verschiedene Arten. Wenn ich überlebe, dann ist es mir ziemlich egal, wie brutal ich gegen mich vielleicht auch sein muss. Ich muss überleben. Leben und Brutalität geht nicht zusammen. Aber Überleben und Brutalität total, da geht ganz viel zusammen. Wir waren in ganz, ganz, ganz vielen Situationen und sind es auch heute noch, wenn wir im Schutzprogramm unterwegs sind, unglaublich hart uns selbst gegenüber. Das meine ich nicht verurteilend. Kein Mensch wählt das freiwillig, aber es läuft das Programm und oft wahnsinnig subtil. Und weil die Gesellschaft das so, weil der Mainstream es so gut heißt, auch in therapeutischen Ausrichtungen es so gut geheißen wird, dem geliebten Kind zu folgen, weil eben so viele Menschen ja selber aus dem geliebten Kind leben, aus diesem versteckten Überlebensprogramm leben, diesem Kampf gegen sich selbst leben, fällt es eben nicht auf, wie brutal das eigentlich ist. Das Schutzprogramm an sich, das Überlebensprogramm ist überhaupt nicht böse. Ich will das immer und immer wieder sagen. Wir haben als Kinder an der Stelle eine Meisterleistung vollbracht, eine unbewusste Meisterleistung, aber das Überlebensprogramm in uns, wenn es auf Überleben ausgerichtet ist, dann ist mir alles andere ziemlich egal. Ich würde euch gern ein Beispiel nennen. In der letzten Woche hatte ich bestimmte Veranstaltungen und in einer Veranstaltung ist mir, als ich eine Frage beantwortet habe, ein bestimmtes Bild gekommen. Das würde ich hier gern noch einmal aufgreifen. Wenn ich Rettungsärztin bin, wenn ich im Rettungswagen fahre und ich fahre zu einer verletzten Person an einen Unfallort und ich bekomme sehr schnell mit, ich muss jetzt eine intensive Herzmassage starten, sonst wird diese Person sterben. Dann ist es mir in dem Moment total egal, ob ich ihr dabei die Rippen breche, weil das Wichtige ist, dass sie überlebt. Wenn man nicht weiß, dass das als Überschrift auf meiner Flagge steht, ich will diese Person am Leben erhalten, dann kann das sehr starke Drücken und das Knacken der Rippen brutal erscheinen, aber unter der Flagge es geht ums Überleben ist es das überhaupt nicht. Und so empfinde ich es eben auch, wenn wir uns anschauen, wie haben wir denn überlebt? Was bedeutet denn, dass wir resilient waren? wie sind wir denn von dem Boden wieder auf die Füße gekommen? Oder wenn es hier heißt, wenn es heißt, es ist die Widerstandskraft und ich musste gegen die Widrigkeiten mich dem entgegenstellen, dann ist damit ja nichts verkehrt und es ist ein Überlebensprogramm und es wird Zeit, dass wir daraus aussteigen. Ich finde nicht, dass es dann darum geht, diese Art der Resilienz weiter zu fördern, sondern ich würde vorschlagen, dass diese Personen anfangen darf, nicht resilient zu sein, dass diese Person anfangen darf, stehen zu bleiben, dass diese Person anfangen darf, Aua zu schreien, vielleicht ein Schrei, der seit Jahrzehnten in ihr ist, dass diese Person über ihre Angst schreien darf, weinen darf, dass sie vielleicht auch langsam erkennt, wie brutal sie sich selbst gegenüber sein musste, ihre Amputations Versuche, psychischen Amputations Versuche in sich drinnen, die sie vollziehen musste, wenn sie vielleicht alleine sich durchschlagen musste, in einer sehr verletzenden, verkorksten Familien Dynamik, wenn sie sich selbst trösten musste, weil keiner da war, der sie getröstet hat und sie vielleicht über Beruhigungs Maßnahmen, über Zuspruch, das schaffe ich, das schaffe ich, das kriege ich hin, das kann ich, ich werde das hinkriegen, dann ist damit ja nichts verkehrt und was ist mit der anderen Seite, die sie vielleicht zurücklassen musste, wogegen sie vielleicht heute viel an ist oder ankauft oder Spiele spielt oder was auch immer für eine Sucht vielleicht dann Einzug gefunden hat, manchmal auch eine anerkannte Sucht, gesellschaftlich anerkannte Sucht, ich will einfach so sehr dafür plädieren, dass wir feiner schauen, worum ging es bei der Resilienz, die Person bis hierhin an den Tag gelegt haben und ist es tatsächlich förderlich, das weiter zu tun, weiter auszubauen oder darf es jetzt langsam auch nicht mehr ums Überleben gehen, sondern um Leben und wenn es um Leben erstmal geht, dann werden sich die verschiedenen Seiten in mir, die ich versuchen musste, was natürlich nie gelingt, aber die ich versuchen musste, von mir fernzuhalten, also psychisch der Versuch der Amputation, die Nähe zu mir selbst, die ich opfern musste und damit natürlich auch eine Nähe, die ich nicht in das Leben habe, zum Leben habe. Wenn ich keine Nähe zu mir habe, habe ich keine Nähe zum Leben. Ich bin ja die Verbindung und damit werde ich allein schon deshalb immer weiter kämpfen müssen, weil mir diese Verbindung fehlt. Und meine Bedürftigkeit, die ich zurücklassen musste, die Seiten in mir, die vielleicht sogar gebrochen wurden, die ich nicht zulassen kann, oder was für manche Menschen, mit denen ich arbeite, eine ganz, ganz schwierige Sache sein kann. Das braucht viele Schritte der Annäherung. Für manche Menschen ist ja zum Beispiel das Wütend Werden eine ganz große Grenze. Das ist ganz schwierig für sie. Aber es gibt Menschen, die sind so früh, mussten so früh so autonom werden, sich so alleine durchbeißen, durchkämpfen, durchs Leben, das für sie an der Stelle Wut zu empfinden gar kein Problem ist. Für sie ist die Bedürftigkeit das Problem. Sich bedürftig zeigen ist die Riesengrenze. Weil dann würden sie in Kontakt kommen mit Seiten, vielleicht in Kontakt kommen mit Seiten, die sehr, sehr bedürftig waren und immer noch sind. Und die Grenze zu diesen Ich-Seiten, zu diesen Persönlichkeitsseiten muss aufrechterhalten bleiben, weil sonst das ganze Gebilde in Schwanken kommen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das in Schwanken kommt, natürlich nicht, dass man aus der Kurve fliegt, das natürlich nicht, dass es einen nicht völlig überfordert, aber dass es wirklich Zeit ist, den Resilienzweg an der Stelle nicht weiterzugehen und dass wir dadurch die Chance haben, eine ganz andere Form der Resilienz zu erleben, wie ich vorhin meinte, mit dem An welche Tankstelle fahre ich und wie fahre ich danach in meinem Auto weiter, dass ich mir erlauben kann, eine ganz andere Form des Kontaktes zu erfüllen, was erst mal über die Wunde des Nicht-Kontaktes läuft. Deswegen ist es nicht so attraktiv. Es ist viel, viel attraktiver, nur dem geliebten Kind weiterzufolgen, aber das bringt uns keine tiefe, heilsame Begegnung. Wir bleiben dennoch unverbunden. Es geht also für mich heute Abend darum, ein bisschen den Blick darauf zu richten, vielleicht ein bisschen eine Tür öffnen zu dürfen, zu können, zu dürfen, dass wir feiner drauf schauen, wenn wir von Resilienz sprechen, sprechen wir von der Resilienz, die uns in tiefen Kontakt zu uns führt, auch in unsere Schwäche hinein und von dort aus wir eine ganz andere Form der Stärke aufbauen können. Wir tun das ja eigentlich nicht so, denn es baut sich auf, in einer tiefen Begegnung mit uns selbst, denn da wächst natürlich eine Form von Resilienz, die ist außerhalb des Schutzprogramms, eine tiefe Verbindung zum Leben, zu uns und dadurch zum Leben oder nutzen wir die Resilienz und das ist wie gesagt das, was ich eher in der Vorbereitung auf diese Sendung, was mir sehr stark entgegenkam, nutze ich es eigentlich nur, um im geliebten Kind weiterzulaufen, weil das ist brutal, ganz gleich in welchem schönen Mantel erst daherkommt. Wie ich eingangs meinte, es fällt uns nicht auf, weil unsere Gesellschaft an der Stelle nicht sehr wach ist, noch nicht. Vielleicht hast du Lust ein bisschen, habt ihr Lust ein bisschen, wenn ihr euch mit dem Thema Beschäftig-Resilienz diese Frage zu stellen. Resilient, wofür genau? Für welche Straße genau? Welcher Seite in mir diene ich da eigentlich? Ja. Ihr Lieben, vielleicht soweit erst mal. Jetzt würde ich gerne zu den Fragen kommen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Und ich habe wieder ein bisschen kürzen müssen und würde gerne einfach mal beginnen mit der ersten Frage. Und natürlich könnt ihr auch während ich jetzt hier bin, mir Fragen auch stellen, denn ich bekomme sie auf jeden Fall ja auch hier zugeleitet. Also, die erste Frage lautet, das Thema Resilienz kommt für mich genau zur richtigen Zeit. Ich mache viele Resilienzübungen, um mich zu stärken. nachdem ich dein Buch gelesen habe, bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich damit nicht doch etwas weg mache. Ich habe zum Beispiel viele innere Kritiker und übe mich darin, wenn sie wieder sehr stark werden, meine Aufmerksamkeit dann auf meine Stärken zu richten. Zum Beispiel auf etwas, das mir in meinem Leben gut gelungen ist, damit ich mich nicht so schrecklich fühle. Findest du diese Art von Stärkung problematisch. Also erst mal hoffe ich sehr, dass das ganz gleich, was ich jetzt hier sage, dass du einfach für dich, dass du deine Erfahrungen da machst und dass du genau den Weg für dich gehst und findest, der sich für dich stimmig anfühlt. Von dem, was ich glaube ich, ist vielleicht schon ein bisschen oder ein Teil der Frage beantwortet, denn aus dem, was du geschrieben hast, scheint es mir so, das sind jetzt immer nur so kurze Momentaufnahmen, wir sind jetzt ja nicht in einem Gespräch und können uns unterhalten und ich kann ein bisschen nachfragen und du kannst auch noch mal was nachfragen und wir gehen in einen Dialog, sondern von dem, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, würde ich sagen, dass du in einem Kampf mit dir selber ja stehst. Wenn du sagst, du versuchst, wenn es dir nicht gut geht, auf deine Stärken zu fokussieren, dann geht es wieder um die Haltung, mit der wir das tun, mit der Tankstelle, von der ich eben sprach, du kannst natürlich sagen, ich besinne mich erst einmal auf meine Stärken, damit ich überhaupt meinen Kopf wieder über Wasser bekomme, wenn diese Kritiker Armeen mich bombardieren und dann macht es natürlich Sinn, dass du erstmal deinen Kopf über Wasser hast, um überhaupt danach entscheiden zu können, wie du weitergehst. Wenn du dich in der Ohnmacht fühlst, wenn du dich beschossen fühlst oder Beschuss fühlst von Kritikern, wenn du dich in der Ohnmacht fühlst, dann hast du keine Handhabe. Also da erstmal an eine Tankstelle zu fahren und dich mit deinen Stärken, auf deine Stärken zu besinnen, ist wunderbar. Die interessante Frage ist und für mich die einzig entscheidende Frage danach ist, was dann? Nutzt du, wie ich vorhin sagte, deinen vollen Tank, deinen vollen Auto tankt dafür, dass du dann nochmal zurückgehst und deinen Kritikern begegnest, was ja nicht leicht ist, da muss man vielleicht auch ein paar Tools auch ein bisschen haben, um diesen Kritikern begegnen zu können, denn sie sind nichts von dir getrenntes. In den Kritikern, in unseren Kritikern sitzt sehr, sehr oft, ist zumindest meine therapeutische Erfahrung, sitzt sehr oft die Wut, die wir selbst nicht ausdrücken konnten oder können, die ist aber immer noch in unserem Orbit, in unserem Feld und richtet sich über die Kritiker gegen uns. Eigentlich will sie aber ursprünglich ganz woanders hin. Es ist wie ein Bühnentausch. Und solange wir das nicht erkunden, das, was der Kritiker eigentlich da genau von uns will, weil wir lassen uns ja in der Regel so stark vom Kritiker in die Ohnmacht, in die innere Ohnmacht führen. Ich könnte auch sagen, wir glauben so schnell, was der Kritiker sagt, diese erste Fassade, die er hochzieht, die er brutalst sein kann, das weiß ich wirklich aus meiner Geschichte, da weiß ich wirklich, was das bedeuten kann. Wenn wir uns davon abschrecken lassen, bleiben wir eben weiter im Schutzprogramm. Wir bleiben in dem Kampf, wir bleiben in dem Oh Gott, ich habe Kritiker Alarm, ich will was tun, damit ich das nicht mehr habe, was total menschlich ist. Ich sage nichts dagegen. Aber dann ist ja wichtig, wie geht es dann weiter? Denn die Wut gehört zu dir. Und du brauchst diese Wut, um dich auf bestimmten biografischen Bühnen zu ermächtigen. Um da jetzt noch tiefer einzusteigen, das ist vielleicht jetzt an dieser Stelle ein bisschen schwierig, weil da könnte ich jetzt lange Zeit gerne drüber sprechen, vielleicht ist es auch sinnvoll, mal eine Sendung über den inneren Kritiker zu machen. Denn das ist aus meiner Sicht eine der inneren Figuren, die wir haben, die am stärksten verkannt ist, die Figur des Kritikers in uns. Also wenn du fragst, um auf deine Frage zurückzukommen, ob diese Stärkung, die du da machst, ob das vielleicht problematisch sein könnte, weil du etwas wegmachst, dann würde ich dir gerne die Frage zurückstellen, wie gehst du denn dann damit um, wenn du dich dann mehr in der Stärke fühlst? Wie nutzt du dann die Stärke, wenn du gestärkt bist? Gehst du zurück zum Verletzungs- oder Beschuss fällt, in dem du da vielleicht vorher warst und schaust es dir an und guckst Moment, was ist hier eigentlich los? Wieso werde ich eigentlich die ganze Zeit immer wieder beschossen von Kritikern mit verbalen Attacken? Das kann ja wie gesagt, es können ja Messer sein oder Schusswaffen Charakter haben, weil es uns tief, tief ins Mark treffen kann, aus dem Überlebensprogramm wohlgemerkt heraus. Im Schutzprogramm ist ja gerade das Bestreben, dass ich nicht weitergehen soll, also werde ich alles, alles tun, damit das nicht geschieht. Die Kritiker, ich könnte auch sagen, die Kritiker haben den Job, es ist ihre Aufgabe, dass sie eben dafür sorgen, dass ich nicht weitergehe und wenn ich tief getroffen mich fühle, gehe ich nicht weiter. Das Überlebensprogramm ist grandios. Also das ist die entscheidende Frage, wofür nutzt du deine Ressource? Wenn du sagst, ich begebe mich erst mal in Richtung Stärke, um ein bisschen Abstand zu gewinnen von den Kritikern oder um großen Abstand zu gewinnen vor den Kritikern, dann ist damit ja überhaupt nichts verkehrt, das ist ja wunderbar, aber dann ist die entscheidende Frage, was passiert dann? Und wenn du wenn deine Ausrichtung eben ist, dann bin ich einfach nur froh, dass ich den Kritikern entkommen bin und dann möchte ich wieder mein in Anführungsstrichen normales Leben weiterführen, dann bleibt es natürlich immer ein Leben, was aus dem geliebten Kind gelebt wird und das bedeutet, die Kritiker kommen immer und immer und immer wieder, weil sie wie Zeitzeugen ja sind für eine für biografische Verwundung. Wir sind nicht mit Kritikern geboren. Also vielleicht magst du ein bisschen für dich schauen, was deine Haltung ist, mit der du an der Stelle deine Schritte gehst. Und die Begegnung, der Kontakt zu Kritikern ist ganz sicher eine der herausforderndsten inneren Begegnungen, die wir haben. Das braucht wirklich einiges, um in diesen sehr stürmischen Gefilden, in denen wir uns manchmal aus der Identifikation der Ohnmacht heraus befinden, um in diesen Gefilden uns gut navigieren zu können. Aber das kann man lernen. Man kann das Schritt für Schritt lernen und muss nicht weiterhin irgendwelche Amputationsversuche mit sich selbst starten oder gegen sich selbst starten, was letztlich sowieso nicht wirklich funktioniert. Ja, alles Gute für dich. So, jetzt schaue ich mal, welche Fragen jetzt hier noch gekommen sind. Denn ich muss auch einmal ganz kurz auf die Uhr schauen. Es ist nämlich schon ziemlich spät. Ich nehme eine Frage, die gekommen ist und zwar lautet sie wie folgt. Wie schätzt du die Bestrebungen ein, Resilienzübungen mit Kindern zu machen? Ich selbst bin Mutter und versuche mit meinen Kindern so oft es mir möglich ist, bestimmte Übungen zu tun. Also erst mal ist es ja ganz und gar großartig, wenn du als Mutter für dich spürst, dass du deinen Kindern etwas Gutes tun möchtest und eine Resilienzübung eine Möglichkeit ist, für dich eben da was weiterzugeben. Also die Absicht, das zu tun, ist ja erst mal ganz und gar hervorragend. Und jetzt geht es darum, wie ich vorhin schon versucht habe, kurz zu sagen, was ist deine innere Haltung, wenn du eine Resilienzübung mit deinen Kindern machst, denn es beginnt tatsächlich bei dir. Der größte Liebesdienst, den du deinen Kindern erweisen kannst, ist, dass du einen eigenen inneren tiefen Weg gehst. Das ist aus Mannes Sicht der größte Liebesdienst. Denn Kinder reagieren ja sehr, sehr stark auf Atmosphären, die da sind. Und manchmal bemühen wir uns vielleicht als Eltern bestimmte Dinge nicht zu sagen oder nicht zu zeigen, bestimmte Dinge nicht zu zeigen, aber die Kinder fühlen ja, da ist etwas ein bisschen schräg, da gibt es vielleicht auch Doppelbotschaften. Meine Mutter sagt vielleicht immer zu mir als Kind, dass ich gut bin, dass ich wertvoll bin und all das, aber ich fühle, dass sie genervt ist von mir. Ich bekomme wie zwei Informationen. Und dann kann mich das als Kind manchmal auch ein bisschen verwirren. So, und wenn du sagst Resilienzübung, jetzt müsste man natürlich jetzt genau vielleicht noch mal schauen, was sind denn das genau für Übungen? Es gibt, ich habe auch Übungen gelesen im Netz in Bezug auf Kinder, eben, wo bestimmte Bücher vorgestellt wurden und wo Selbsthilfebücher, wo man mit Kindern bestimmte Übungen machen kann und so weiter. Und das fand ich an vielen Stellen sehr grausig, weil es ein ganz starkes Wegmachen war. Das muss es aber natürlich nicht immer. Das kann ja auch sein, dass das Übungen sind, die unglaublich hilfreich und wunderbar sind. Jetzt müsste man sich diese Übungen genauer anschauen. Die Frage ist immer, versuche ich was wegzumachen? Versuche ich etwas zu verändern? Kann ich ein Daseinsrecht aussprechen oder möchte ich an etwas herumschrauben, damit dann etwas dabei rauskommt, wo das Kind anders sein soll, als das, wie es jetzt gerade ist? Dann in dem Moment greife ich schon tief ein in das Ganze und ich gebe die Subinformationen, auch wenn ich es vielleicht überhaupt nicht so meine, die Subinformation, das was auf einer tieferen Ebene transportiert wird, ist häufig dann deine Traurigkeit, deine Wut, was auch immer, deine Scham, deine Angst ist nicht so gut wie deine Freude. Das ist ja leider oft der Konsens, den wir kollektiv haben und ich kann nur wiederholen, was ich vorhin meinte, das Problem sind nicht unsere Empfindungen oder unsere Emotionen, das sind erstmal nur einfach Emotionen. Das Problem ist, dass wir ihnen nicht begegnen können und das ist aufgrund des biografischen Schutzprogramms der Fall. Also wenn dir das vielleicht hilft, würde ich dir ans Herz legen, dir die Frage zu stellen bei den Übungen, die du deinen Kindern anbietest, sind das Übungen, die etwas, also die ein Daseinsrecht aussprechen oder eigentlich nur ein Duldungsrecht geben, wie ich das oft sage. Mathe Motto, ja, wir können, das darf schon da sein, aber nur eine Weile und dann möchte ich aber doch, dass es dann anders ist. Und es ist nichts verkehrt damit. Es ist nichts verkehrt damit, weil es der Wunsch, dass es anders sein soll, der taucht in der Regel auf. Es wäre ja eine völlige Pseudo-Akzeptanz zu sagen, das darf nicht sein, davon spreche ich nicht, im Gegenteil. Wofür ich immer plädieren möchte, ist, dass das noch mehr da sein darf, dass wir es auf unserem Radar heben, damit wir es erkunden können. Die Dinge tauchen auf, wie sie auftauchen. Es geht ja um ein Wachwerden, dass wir mit allem, was da ist, mit dem Kampf in uns, mit allem, was da ist, dass wir da sein dürfen und dass wir aus dem heraus aufwachen können. Natürlich werden bestimmte Seiten in uns weiter kämpfen. Der Kampf ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir sind mitten im Kampf. Es gibt keine Instanz, die daraus aufwacht und diesen Kampf begleiten kann, weil er oft so unterm Radar läuft und so oft mit so flauschig weichen Kleidern daherkommt, dass wir es gar nicht bemerken, weil wir kollektiv den Konsens haben, dass zum Beispiel Freude besser ist als Traurigkeit. Aber stellen wir uns für einen Moment vor, wir wären in einer Gesellschaft groß geworden, wo diese Wertung nicht da wäre. Wir würden von klein auf lernen, dass alle Emotionen, alle Emotionen, die wir haben, total wertvoll sind, weil wir das sind, weil sie zu uns gehören, weil die Natur keinen Fehler gemacht hat, weil Gott keinen Fehler gemacht hat, indem er uns Emotionen gegeben hat oder Gefühle oder Empfindung und wir wären jetzt mit Erwachsenen zusammen, die uns einen Landeplatz geben können, die eine Seins-Daseins-Qualität aufsprechen können, sodass ich mir näher kommen kann, indem ich zum Beispiel meine Scham fühle, meine Traurigkeit fühle, dass ich lerne, mich ein bisschen mehr zu begleiten und merke, wow, ich bin in einem stetigen Werden. Nicht Überlebensprogramm, da geht es immer darum, wann komme ich an, da will ich nicht werden, da will ich endlich da sein, weil das Vertrauen in das Leben fehlt, da geht es um den Kampf, der Kampf hält mich am Laufen. Aber wenn wir uns für einen Moment vorstellten, ich hätte gelernt von Erwachsenen, von ihrer emotionalen Reife, von ihrer Weisheit, hätte ich lernen dürfen, lernen können, sie haben mich wie hineingeleitet, hineingeführt, wie ich mit meiner inneren Verfassung, wie ich ihr antworten kann, wie ich Verantwortung übernehmen kann für mich, dann wäre eine erwachsene Person, die aus so einem Umfeld langsam aus dem Kind zum Erwachsenen wird, diese Person hätte keine Verurteilung von, oder vielleicht Verurteilung auch noch, aber dann würde sie mit der Verurteilung gehen, auf jeden Fall würde sie dem, was in ihr aufkommt, begegnen können. Und dann wäre dieses parteiisch Sein, dieses Verschluckt Werden des parteiisch Seins, wäre dann nicht da. Das parteiisch Sein ist ja auch nicht das Problem. Nur wenn wir mittendrin hängen, dann sind wir wie ein Pingpongball und wir müssen immer und immer und immer gegen uns kämpfen und können uns in diesem Kampf nicht gut finden und sind immer erschöpft oder brauchen Abdämpfungsmittel und fühlen uns eben auf tiefer Ebene nicht verbunden. Ich möchte also gerne damit sagen, wir haben ein kollektives Trauma, wir haben eine kollektive Verwundung jeder einzelne und damit natürlich auch Transgenerationstraumata, die mit reinspielen und deshalb müssen wir glaube ich bei jeder Übung, die wir machen, eben auch Resilienzübungen mit Kindern, wenn du eben fragst für deine Kinder, kurz überprüfen, unter welcher Flagge segelt hier eigentlich mein Schiff? Und vielleicht gibt es ja bestimmte Übungen, die eher Gefahr, wo eher die Gefahr ist, wir machen was weg, wir geben dem Kind kein Daseinsrecht in seiner Empfindung oder der Empfindung des Kindes kein Daseinsrecht und dann gibt es vielleicht Resilienzübungen, die feiner wirken und gar nicht so stark versuchen, uns irgendwo anders hinzubringen. Aber subtil kann das Ganze trotzdem sein. Wie gesagt, also manchmal kommt das Schutzprogramm in einem sehr flauschigen, aufgeklärten, entwickelten Kleid daher und wenn man ein bisschen schon wacher geworden ist und das mal ein bisschen hinterfragt, dann wird eben deutlich, meine Güte, es ist immer noch das Schutzprogramm, ich bin immer noch voll drin, es ist grandios subtil, denn es geht um sehr, sehr viel beim Überlebensprogramm. Ja, also ich würde dir sehr, sehr ans Herz legen, diese Übung noch mal ein bisschen zu hinterfragen, unter welcher Flagge das Ganze segelt. Ja, ihr Lieben, jetzt müssen wir zum Ende kommen und das Video wird ja auf jeden Fall online gestellt, also ihr könnt es ja jederzeit wieder sehen, wir werden ja jetzt, das was jetzt hier live aufgenommen wurde, auf der Seite drauflassen, auf der YouTube Seite und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das eben auch gerne öfter euch angucken. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen auch und ja, und möchte einfach Danke sagen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal ihr Lieben. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.